Hallo. Hallo. Was machen wir denn morgen Schönes? Kurvenfahren. Ich bin schon so gespannt, wie das ist. Ja? Ja. Das wird cool, oder? Vor allem auf dieses Motorrad mit diesen Auslegern bin ich gespannt. Hab ich das überhaupt pink recht? Ja. Schön mit Mietmotorrad. Ja. Bei Honda in Erlensee. Ganz neue Geschichte. Das wird bestimmt cool. Also viele haben davon berichtet schon, dass sie mal ein Kurventraining gemacht haben. Ja. Und die haben mir auch alle gesagt, dass sie da wie ein Fall was gebracht. Das glaube ich aber auch. Was sollst du denn bringen zum Schluss? Wie ist deine Erwartungshaltung? Ja, dass ich keine Angst mehr habe, wenn eine Kurve kommt, dass ich hier mir denke, kriegst du das hin oder kriegst du es nicht hin. Okay. Dann mal los. Bis gleich. So, komm mal kurz bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du schön geschlafen? Ja. So richtig gut. Wir sind nämlich mit dem Dock hier unterwegs und wir sind hier in der Honda Akademie. Wie? Denn die Alex wird heute ihr erstes Kurventraining absolvieren. Helga ist auch dabei. Die quengelt schon rum. Wir gehen rein, gucken uns das an. Top. Los geht's. Schatz, musst du noch einen Test ausbilden? Nein, nicht einen Test. Da sind so ein paar angehaben. Hier mit Name, Anschrift, Alter. Hier werden jetzt die Motorräder rausgesucht. Also das heißt, hier stehen die ganzen Fahrzeuge wunderbar. Und dann kannst du auch gleich starten. Darfst du jetzt hier an die Motorräder raus suchen? Ja, ich habe mir schon eins ausgesucht. Top aufeinander abgestimmt hier. Genau. Also CB500F in Gelb. Passend zum Helm. Das erste Kurventraining für die Alex. Ich bin mal gespannt. Ja? Ach, das wird dir bestimmt sehr gut gefallen. Danach bin ich so eine richtige Kurvengangsterin, oder? Na, dann zieh dich mal an. Das ist ja, das ist ja. Das ist so ein schönes Motorrad, jetzt habt ihr hier alle einen Strich am Reifen. Wir müssen einfach mal ausprobieren, wie Schneck gefahren wird und die Elbe hoch. Sehr cool, jetzt sieht man bis wo Schneck das geht. Oh nein! Das bringt sehr gute Reifen auf. Hallo ist das! Na? Hast du sowas auch schon mal mitgemacht? Hab ich auch schon mal mitgemacht, ja. Cool, ne? Klar, es macht Spaß. Dann lernt man ein bisschen was. Das Gefühl zu bekommen, das ist ja das Wichtige. Punkt 1, Konzentration. Punkt 2, das Gefühl. Punkt 3, Blickführung. Genau. Geht doch. Intensiv Training, ich sag ja. Er kriegt intensive Betreuung schon. Funktioniert aber doch schon mal. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Christopher ist da, hallo, gute Freude. Ja, servus. Lauter, hohe Gäste hier heute. Aber sowas von, oder? Hast du das auch schon mal mitgemacht zum Training? Hm, ehrlich gestanden? Nein, es wartet noch auf den Weg. Bisher habe ich nur meine Frau hierhin geschickt. Wir gucken uns das heute an und dann machen wir das zusammen. Ja, dann machen wir das zusammen. Super Idee, habe ich total Bock drauf. Hey! Die Reifen wurden jetzt mit Kreide markiert. Einfach mal zu sehen, wie schräg ist mal, wie ist der Kenntnisstand. Und das gucken wir uns jetzt mal zusammen bei der Alexa an. Kommen Sie! So, hier ist noch der Strich zu sehen ein bisschen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist genau das, was ich nämlich auch meine, was ich immer sage. Näher ran. Genau, näher ran, dann fühle ich mich sicherer. Ich bin so nervös. Ganz ran rutschen zum Lenker hin. Genau. Bisschen Körperspannung. Und jetzt wird einmal vorgefahren. Genau, ich guck mir das ganz genau an. Genau, dann los. Diese Auswege oder wie die heißen. Ja, das effiziert mich irgendwie. Einfach ausblenden. Einfach ausblenden. Das krieg ich nicht hin. Nein, das brauchst du auch nicht. Du sollst ja hier nur das Gefühl bekommen. Ja. Ja. Und das wird Wasser. Sehr begeistert, wie eine Rute das hier macht. Hammer! Weißt du, dass sie erst vielleicht 25 Mal Motorrad gefahren ist? Du hast ja irgendwie gesagt, die hat ja erst den Film gemacht, die Alex. Du wirst das nachher im Video sehen, das hat wirklich gut aussehen. Das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass du ein bisschen mehr auf die Vorderbahn stehst. Ja, da musst du dir mal sagen, ich habe mich ja aus Versehen erst falsch. Ich hatte noch den Fuß unter der Schaltung. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Beim Fahren mache ich das ja auch nicht. Das ist richtig gut ausgesehen, super. Ja. Wie fühlst du dich denn? Gut, das hat richtig Bock gemacht. Das ist eine Pliste. Und du hast halt mehr Vertrauen jetzt. Ja. Du kannst damit nicht rumfallen. Mädels und Jungs, kann ich euch empfehlen. Ich habe mir das so schlimm vorgestellt, aber das ist auch richtig Bock. Ja, siehst du mal. Ich habe so eine Angst gehabt, man merkt diese Ausleger überhaupt gar nicht. Ja. Gar nicht. Also wenn man das so sieht, dieses Gerät, denkt man sich, oh nein, das kippt gleich um. Nein, das merkt man gar nicht. Rechtsrum, meinst du, ist nicht so deins? Weiß ich noch nicht. Muss ich mal ausprobieren. Also links ging es jetzt. Gibt es ja. Es gibt Unterschiede. Haben jetzt auch welche gesagt. Ja. Wer möchte gerne mehr links oben fahren. Also das ist schon interessant auf jeden Fall. Dann bin ich auch mal gespannt, wie das so ist. Hast du was getrunken? Ja. Klar. Was hast du jetzt gelernt? Noch ein bisschen höher vom Gang aus. Genau, genau. Ich bin jetzt im dritten gefahren. Okay. Ich habe das jetzt gerade mit dem Versetzen so ein bisschen probiert. Also wie heißt das Hängen? Hängen auf. Ja. Ja. Aber noch nicht richtig, sondern wirklich nur so ein bisschen. Ja. Und da habe ich gemerkt, wie der Reifen, oder die Rolle, Rolle ist das, ne? Den Boden berührt, hat mich jetzt nicht irritiert oder sonst irgendwas. Das macht richtig Spaß. Ich hatte nicht gedacht, dass das so geil ist. Richtig ist, dass du nachher verstehst. Aber der Lehrer, der erklärt das auch richtig gut. Und wichtig ist, dass du nachher verstehst, dass es immer eine Reserve gibt. Ja. Wissen Sie, das was ich dir sagte? Und der Blick auch. Der Blick. Und viele machen ja den Fehler, kommen in eine Situation und dann fällt ihnen nichts besseres ein, wie volle Kanne zu bremsen und wie funktioniert es eigentlich. Ja. Und entspannt. Es gibt eine Reserve und die nutzen. Geil. Aber ich habe auch gemerkt, dann bin ich einmal so ein bisschen so, war ich ein bisschen unkonzentriert. Also Konzentration ist A und O. Und dann habe ich wieder mein Gehirn eingeschaltet, Blickführung und dann habe ich das wieder direkt in den Kopf gekriegt. Und Körperspannung ein bisschen. Genau. So. Mach mal. Genau. Also nicht so übertreiben. Ja. Darf ich mal annehmen? Ja, natürlich. Ich gehe mal hier mit dem Fach. Ich bin ein bisschen rundrücken. Ach so. Vorne bleiben. Nein. So. Du hast jetzt so ein Hohlkreuz. Mach einfach mal ein bisschen runter. So? Genau. Genau. So besser. Ja. Dann, genau. Lockerer. Lockerer. Und wie fühlt sich das an? Dann machen wir das Hohlkreuz. Ja gut. Genau. Dann zurück und runter werden. Ja? Hier hoch. Genau. Okay, ja. Und den Kopf so nach oben, ne? Ja, ja. Entschuldigung, jetzt wieder. Ah, okay. Willi, also ruhig ein bisschen runter. Aber jetzt nicht viel Rost bei dir, ne? Ja, ja. Weniger als gedacht. Aber macht Spaß, ne? Sehr, sehr, ja. Ein schönes Gefühl. Vor allem mit dem Bauch. Das wieder fahren zu können. Das ist echt schön. Ja, ja. Und halt top Bedingungen, ne? Ja, super. Besser hätte es nicht sein können. Alles cool. Ja, ja. Sehr schön. Cool, dann viel Spaß weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Warm, oder? Es ist heiß. Das ist heiß. War das jetzt auch verständlich mit der Reifenauflage? Ja? Ja. Wie viel der Reifen quasi den Boden berührt. Wie viel das ist. Aber top Reifen und tippitoppi Boden. Genau. Einmal fahren mit Hindernis. Ja, genau. Muss ja immer eine Steigerung geben. Genau, genau. Das ist besser, ne? Das liegt dir am Meer, oder? Ja? Das ist mein Motor. Das ist dein Motor? Mein Motor. Und? Das hat sich viel geiler. Ja, voll. Das ist halt nicht so sportlich. Wie soll ich das beschreiben? Sanfter ist das. Weicher. Genau. Das andere kommt mir so ein bisschen ruppiger vor, was auch geil ist. Ja. Ja. Aber mir liebt eher dieses... Sanfte. Dieses Sanfte. Ich komme in den Schatten, das ist besser. Das ist auch besser, der Schatten. Schön, bist du auch mal da drüber gefahren jetzt? Ja, ich bin da paar Mal drüber gefahren, mal ein bisschen schräger. Am Anfang hatte ich natürlich ein bisschen Angst, ein bisschen Respekt rutscht. Das weg bin ich ein bisschen mehr gerade. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr getraut. Ich habe gemerkt, es ist so ein bisschen weggerutscht. Ja. Aber man hat gemerkt, es regelt das alles. Es fängt sich, ne? Ja, es fängt sich wieder. Cool. Ja, ich hoffe, ich kriege das hin. So, bist du zufrieden mit deinen Teilnehmern? Ja, auf alle Fälle. Ja, die Gruppe übt jetzt das Bremsen, das Verzögern, das starke Bremsen, in Schräglage mit der Vorderradbremse. Das ist eine Situation, die natürlich auch im Straßenverkehr passieren kann. So, oh, hoppla, ich bin zu schnell, ich verzögere. Und hier das zu fühlen, dass ich das Motorrad aufstellen möchte. Das wird hier trainiert unter safen Bedingungen. Also bisher läuft alles nach Plan. Alex ist happy. Ich bin mega happy und natürlich sehr, sehr stolz, wie die Alex das hier macht. Das ist so dieser Augenblick, wenn das Motorrad in Schräglage ist, du bremst vorne und sich das wieder aufstellt. Dann hast du die Möglichkeit, am Lenker dagegen zu halten. Aber das muss man trainieren. Das ist wirklich auch für geübte Motorradfahrer schon eine gewisse Überwindung und eine Herausforderung. Ich habe halt dieses Problem mit dieser, ähm, mit den Gefühlen. Mit denen du hast ein Gefühlsbring? Ja, ich, nein, ich bremse immer wie so eine Irre da rein. Ja. Aber man muss das so sagen. Gleichmäßig. Genau, mit Gefühl und dann immer stärker. Ja. Und ich mache mal den hier. Ja. Also Gefühl. Mit Gefühl, genau. Kann ich jedem nur empfehlen, Schräglagentraining hier kann man echt mal machen, wenn man sich noch nicht so richtig traut. So. Und hier auch ein zufriedenes Grinsen, ein zufriedenes Nicken. Ja, auf jeden Fall. Es macht Spaß hier auf jeden Fall. Trotz dem, dass ich lange nicht mehr gefahren bin, ist das ganz schnell wieder drin gewesen. Es hat wirklich Spaß gemacht bis jetzt. Ich bin auf den Nachmittag gespannt. Und ja, also Rost ist runter, jetzt ist es auch schon warm und es macht Spaß und man nimmt wirklich jede Menge mit, so wie du das sagst. Ja. Empfehlenswert. Dann grüß doch noch deine Freundin. Ich glaube, die hat dir das geschenkt, oder? Yvonne, vielen lieben Dank dafür, dass du mir das geschenkt hast. Vielen Dank. Ein toller Tag und den habe ich dir zu verdanken. Dankeschön. Oh, das ist aber nett. Cool. Honda CB650F. Dieses Fahrzeug hat es dir ja wohl angetan. Ja. Ja, weil es ein Vierzylinder ist. Genau. Ganz genau. Sollte ich dir immer was ganz Wunderschönes zeigen bei diesem Motorrad? Hat es nämlich übrigens auch schon im Video gegeben, dieses Bike. Ja. Guck mal hier rüber auf die Krümmer hier. Da, guck mal, wie schön das ist. Das habe ich schon. Das ist mir als allererstes aufgefallen. Ja. Ich habe gedacht, du suchst die nicht mehr nach der Optik raus, die Bikes. Ja, aber das ist mir direkt aufgefallen. Ich habe mir gedacht, boah, sieht das gut aus. Das sieht gut aus, ne? Ja, sowas gefällt mir ja wieder, ne? Warte, ich weiß gar nicht, wie ich dich filmen soll. Guck mal, ich knie mich sogar hier hin. Die nächste Runde nach der Mittagspause. Es wird weiter fleißig gefahren hier. Diesen kleinen Rundkurs, Handling Parcours würde ich es jetzt mal nennen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, um hier das natürlich zu üben. Wir können so Übungen auch natürlich auf abgesperrten Plätzen ausführen. Also, aber normalerweise macht es Sinn, so ein Training mitzumachen unter Anleitung. Das ist vom Effekt her einfach besser. Der Trainingseffekt ist viel, viel besser, wenn du das jetzt so selber alleine für dich machst. Das geht auch, aber hier ist es halt einfach in der Gruppe noch ein bisschen schöner. Die Stimmung ist gut und wie gesagt, hier wird fleißig gefahren. Jetzt wird das Kehrefahren geübt. Das, was ihr so in den Bergen kennt. Also den Blick weit, den Oberkörper drehen, Gas auf. Also so wirklich ganz gezielt rum um die Ecke. Ein Tag in der Honda Akademie. Ja, das hat so einen Spaß gemacht. Wissen Sie was mitgenommen? Ja, auf jeden Fall. Noch frisch verschwitzt. Aber wie. Auf jeden Fall hat das Spaß gemacht und jede Menge mitgenommen. War ausgezeichnet und ich bin fix und fertig. Okay. Aber das liegt primär an der Hitze. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir hatten und die ganze Zeit die Sonne. Aber es hat dir Sicherheit gebracht. Ja. Das auf jeden Fall. Und das kann ich jedem empfehlen. Das sind natürlich umfangreich. Ja. Aber Däumchen von deiner Seite. Und die kriegen von mir 10 Däumchen. War ein toller Tag. Gute Bewertung und war gut. War wirklich klasse. War total super. Kann man wirklich nur jedem empfehlen. Egal wie alt. Ja, ja. So am Anfang der Saison ist bestimmt nie ein Fehler. Irgendwas mal die ganze Umsetzung von dem was man sonst immer nur theoretisch hört. Genau. Und dann natürlich auf der Strecke selber. Ja. Das ist sehr zu empfehlen. Ein Lehrer, der das auch richtig gut erklärt. Und auch wenn man was nicht richtig gemacht hat, dann hat er einen hergewunken. Hat das nochmal erklärt, welchen Fehler man gemacht hat. Und das finde ich halt ist wichtig. Nicht nur so hier, fahrt mal eure Runden. Sondern die Leute, die was nicht richtig gemacht haben, hatte sich nochmal hergewunken. Und hat gesagt, so das muss er ändern. Oder der ist hinten mit drauf gefahren. Hat einem nochmal so per Körpersprache gezeigt, worauf man achten soll. Hat echt Spaß gemacht. Kann ich jedem empfehlen. Also tipptopp. Jungs sind zufrieden und glücklich. Das ist die beste Bezahlung. Genau. Und alle haben durchgehalten, obwohl harte Bedingungen sind bei der Hitze. Wirklich hart. Alles heil geblieben. Ja. Passiert auch selten was. Also es gibt ja Mittel und Wege, das zu verhindern. Genau. Und entsprechend bin ich auch sehr zufrieden. Man merkt das ja selber gar nicht, was man für Fehler macht. Man denkt so, oh ja, ich schaff die Kurve. Aber man hat trotzdem nicht die richtige Körperhaltung. Ja. So diese Steife oder die Arme so. Cool. Das hat er super erklärt. Also wirklich. Ich kann das jedem empfehlen, der auch seinen Führerschein gerade bestanden hat. Direkt sich bei so einem Kurs anzumelden. Ja, ruhig ein paar Erfahrungen sammeln, dass du es besser umsetzen kannst. Und dann hinterher mal wirklich so ein Kurventraining machen. Aber in deinem Fall, also man sollte auch fit sein. Das ist auch ein Stück weit Sport. Genau. Das ist mega anstrengend. Definitiv. Ich bin begeistert. Sehr schön. Alles erfüllt, was ich mir erhofft habe. Ich bin zufrieden. Also kann ich nur jedem empfehlen. Du wolltest noch ein bisschen an diesen Linkskurven arbeiten, ne? Ja, genau. Hat gepasst. Hat gepasst. Gerade am Ende haben wir das ja nochmal gewillt. Ja. Hat wunderbar hingehauen. Top. Sehen wir dich vielleicht mal wieder beim Training. Das mit Sicherheit, ja. Super. Vielleicht dann mal noch eine andere Trainingsreinheit. Gibt ja noch ein paar mehr außer Schräglagen im Training. Gibt ja auch noch ein paar andere Sachen. Und irgendwann muss ich nochmal auf die Rennstrecke. Kommt auch noch. Genau. Top. Da ist er. Ja, ein toller Tag. Ich schließe mich an. Ich habe das ja von außen beobachtet. Ganz tolle Truppe auf jeden Fall. Ich kann auch nur empfehlen als Außenstehender. Macht das auf jeden Fall. Leistet euch so ein Training. Mit sicher fahren, lernen, mit Anleitung, mit einem coolen Bike. Also besser geht doch gar nicht, oder? Du bist happy? Ich bin glücklich und zufrieden. Glücklich und zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, schenkt gerne ein Däumchen nach oben. Supportet den Kanal mit einem kostenlosen Abo. Da gibt es das Abo hier unten. Und wenn ihr kein neues Video verpassen wollt, dann sehen wir uns in drei, vier Tagen wieder. Oder guckt gerne in der Playlist. Auch unter dem Thema hier. Kurven fahren lernen, etc. Wir haben jetzt über einige Sachen gesprochen. Passt eben gut zum Thema. Also, wir zählen auf euch. Tschüssi Kowski. Bis dann, Niemannski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Schügel. Schügel. Untertitelung des ZDF, 2020